Ich erzähle euch heute ein bisschen was über HIV, HCV, also Hepatitis C, und HBV, also Hepatitis B. Prinzipiell ist es ganz normal, wenn man am Anfang ein bisschen unsicher ist, wenn man das erste Mal einen Patienten mit einer dieser Infektionskrankheiten behandelt. Deshalb gebe ich euch heute ein paar wichtige Infos dazu. Ganz grundsätzlich gilt, die einzige Flüssigkeit, die HIV in der Praxis übertragen könnte, ist Blut. Dazu benötigt es aber auch eine ausreichende Menge an Viren, die zum Beispiel über eine Verletzung in den Körper gelangt. HIV-positive Patienten nehmen heute fast alle Medikamente, die die Viruslast stark senken. Es kommt dann gar nicht mehr zu AIDS, dem Endstadium einer HIV-Infektion. Die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung ist dann sehr gering. Gegen Hepatitis B gibt es eine Schutzimpfung. In eurem eigenen Interesse solltet ihr euch impfen lassen, denn dann braucht ihr keine Angst mehr haben, euch anzustecken. Gegen Hepatitis C gibt es keine Schutzimpfung. Allerdings gibt es Medikamente, die eine Heilung ermöglichen. Hepatitis C wird ähnlich wie HIV mit Blut-zu-Blut-Kontakten übertragen. Dies kann zum Beispiel bei Nadelstichverletzungen durch kontaminierte Kanülen geschehen. Im Praxisalltag besteht keine Ansteckungsgefahr. Zum Beispiel durch Anniesen oder Anhusten, beim Händeschütteln, dem Benutzen derselben Toilette, dem Berühren von Oberflächen. Auch eine Ansteckung über Aerosole ist nicht bekannt. Solltet ihr euch doch mal an kontaminierten Utensilien verletzt haben, dann befolgt am besten folgende Reihenfolge. Zunächst fördert ihr den Blutfluss. Dann desinfiziert ihr die Wunde. Am besten ihr sprecht dann mit dem Patienten über die Viruslast und nehmt im Anschluss Kontakt zum Betriebsarzt auf. Dieser kann euch dann eine sogenannte PEP verschreiben. PEP steht für Postexpositionsprophylaxe und bedeutet, dass ihr vier Wochen lang Medikamente einnehmt. Dies senkt dann das Risiko einer Ansteckung drastisch. Um euch selbst vor einer Infektion zu schützen, gelten die Standard-Hygienemaßnahmen. Das heißt das Tragen von Arbeitskleidung, eine Schutzbrille, Mund- und Nasenschutz sowie Handschuhe. Für die Reinigung nach der Behandlung reichen die üblichen Maßnahmen aus. Wie zum Beispiel der sichere Abwurf von Spritzen, die Desinfektion von patientennahen Flächen und die sachgerechte Reinigung von Medizinprodukten. Weil keine besonderen Hygienemaßnahmen notwendig sind, ist es auch nicht notwendig, Termine am Ende der Sprechstunde oder gar der Woche an diese Patientengruppen zu vergeben. Diskretion und Datenschutz sind wichtig für ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Patienten und Praxisteam. Zum Beispiel dürfen Akten nicht von außen gekennzeichnet werden. Nur das Praxisteam sollte Zugang zu den Akten haben. Sensible Daten wie zum Beispiel eine HIV-Infektion dürfen nicht an Dritte, zum Beispiel ein Labor, weitergegeben werden. Der Anamnesebogen sollte in einer vertrauensvollen Atmosphäre ausgefüllt werden können. Gerade für diese Patientengruppen ist es wichtig, dass Daten nicht bekannt werden, da sie schon häufig Diskriminierung und Ausgrenzung erlebt haben. Fragen, die nichts mit der Behandlung zu tun haben, sollten nicht gestellt werden, wie zum Beispiel, wie lange ein Mensch schon infiziert ist oder wo er sich infiziert hat. Scheut euch aber nicht, behandlungsrelevante Fragen den Patienten direkt zu stellen. Viele infizierte Patienten sind sehr gut informiert über ihre Krankheit und geben gerne Auskunft darüber. Für weitere Informationen empfehle ich euch die Broschüre Keine Angst vor HIV, HBV und HCV zu bestellen bei der Bundeszahnärztekammer oder der Deutschen Aidshilfe oder online hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020